Wie verhalten sich nun die Tangentensteigungen einer Biegellinie im Detail? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir von der Biegellinie des uns bereits bekannten mittig belasteten Biegebalkens aus. Als erstes wollen wir allen überflüssigen darstellerischen Ballast loswerden und konzentrieren uns ausschließlich auf die Biegellinie. Wir interessieren uns dabei für zwei Punkte der Biegellinie, und zwar an den Stellen x sowie x plus dx. Zwischen diesen beiden Punkten liegt ein infinitesimal kleines Balkenelement, das wir uns freigeschnitten vorstellen wollen. Sie erinnern sich, dass die verformte Balkenachse bzw. die Biegellinie eines Biegebalkens einem Kreisbogensegment entspricht. Die freigeschnittenen Balkenquerschnitte bleiben auch unter Lasteben und sind somit Bestandteile von Radialen, die sich im Mittelpunkt M des Kreisbogensegments schneiden. Den Öffnungswinkel zwischen den beiden, das Balkenelement begrenzenden Radialen, bezeichnen wir mit D-Alpha. Auch D-Alpha ist ein alter Bekannter, den wir in den Anfangszeiten dieser Lerneinheit bereits kennengelernt hatten. Er spielte eine wesentliche Rolle bei der Berechnung der Längsdehnung einer Balkenfaser. Wir dürfen demnach im Weiteren auf alle Beziehungen, in denen D-Alpha vorkommt, zurückgreifen. Wir übernehmen die das Balkenelement begrenzenden Radiale in die Darstellung der Biegellinie und blenden das Balkenelement selbst für die weiteren Überlegungen wieder aus. Im folgenden Schritt zeichnen wir zunächst an der Stelle x eine Tangente an die Biegellinie. Ihre Steigung können wir mittels des Winkels phi angeben. Wir wiederholen dieses Verfahren und tragen auch an der Stelle x plus dx eine Tangente an die Biegellinie. In aller gewünschten Deutlichkeit erkennen wir, dass ihre Steigung genau um den Winkel D-Alpha kleiner ist als die Tangentensteigung bei x. Wir finden also für die Änderung des Tangentensteigungswinkels einerseits in allgemeiner mathematischer Schreibweise sowie andererseits mit den hier speziell eingeführten Größen. Durch formalen Vergleich gelangen wir zu einer wichtigen Erkenntnis. Schreiten wir um dx in positiver x-Achsenrichtung fort. So verändert sich der Tangentensteigungswinkel phi der Biegellinie genau um den negativen Wert des Öffnungswinkels D-Alpha.